Achtung heiß und nackig, Star-Koch Nelson Müller kam am Sonntagabend im TV ganz schön ins Schwitzen. Das lag aber nicht am heißen Herd, sondern an einer sexy Tanzeinlage von Model Miriam Höller. Mehr zum Thema Peter Neuruhr bei Grill den Profi, bis auf ein Rezept nehme ich davon nichts mit Roland Trettl bei Grill den Profi, Koch-Profi Roland Trettl grillt die Promi Grill den Profi, Ali Güngöermüs und die Promi holen Henslir-Quoten, nicht ein gemeinsam mit Schauspieler Damian Hadung und dem Magier-Duo Andreas und Christian Ehrlich wollte die ehemalige GNTM-Kandidatin in der TV-Show Grill den Profi wohl wirklich alles geben. In einem sexy roten Kleid kombiniert mit Cowboy-Stiefeln, bezierzte sie den Kontrahenten und Profi-Koch Nelson Müller. Als Ablenkung natürlich. Mit ihren langen schlanken Beinen war Miriam Höller schließlich der Hingucker schlechthin. Wie schlägt sich Star-Koch Nelson Müller im Duell gegen die vier Prominenten? Die Antwort gibt's um 20.15 Uhr in Raute Grill den Profi, PC.tv.it.com-vfr-vr-oo-9u-fox.atv-oxte. November 26.2017 Das nutzte die Blundine auch gnadenlos aus. Als Nelson Müller gegen den Club der Roten Bänder starb, Damian Hadung in der Kategorie Vorspeise antrat, ließ sie Taten sprechen. Sie stieg dem Koch nämlich gewissermaßen aufs Dach oder vielmehr auf die Arbeitsplatte und lenkte ihn mit einer sexy Tanzeinlage ab. Viel nackte Haut und verführerische Bewegungen sollten für den ein oder anderen Fehler am Herd sorgen. Moderatorin Ruth Moschner betitelt das muntere Treiben gleich mal als Koyote-Uklai. Untertitelung des ZDF für funk, 2017